Hallo, ich bin die Alessandra und ich komme gerade raus vom Workshop Emotional Lin-Yang Balance und ich spüre gerade das Gefühl von der letzten Übung. Ich fühle mich recht entspannt und ich möchte euch erzählen, was ich jetzt die letzten zwei Tage erfahren habe, erlebt habe. Ich erleben habe dürfen mit Irene und Albert, die diesen Workshop führen. Albert und Irene machen das, finde ich, total einfühlsam, begleiten es super gut, erklären viel und es ist einfach sehr spielerisch das Ganze. Und du kommst einfach spielerisch zu deinen Grenzen, zu deinem Schmerz. Es ist durchaus intensiv und ich gehe jetzt mit einem genährten Gefühl raus. Es ist ein Workshop, wo eben alles drinnen ist. Und nicht nur ein Lach-Yoga-Workshop oder ein Kundalini-Workshop, sondern es ist wirklich ein Workshop, wo verschiedene Techniken einfach hineinfließen. Und das finde ich extrem schön, dass ich mir da was aussuchen darf, was genau für meine individuelle Situation, Gefühl und Schmerz gerade passt. Oder auch Stimmung halt gerade passt. Also ich konnte mir da sehr viel mitnehmen und bin sehr dankbar, dass ich das erleben habe dürfen. Danke.